Kapitel 14 Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit Betrug ergreifen und töten könnten. Sie aber sprachen »nicht am Fest«, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und da er zu Betanien im Haus Simons das Aussätzigen war und zu Tisch saß, kam eine Frau mit einer alabasternen Flasche voll Salbe, echter hochklassiger Narde, und zerbrach die alabasterne Flasche und goss sie aus auf sein Haupt herab. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen »Wozu ist diese Verschwendung der Salbe geschehen? Man hätte doch diese Salbe um mehr als dreihundert Denare verkaufen und es den Armen geben können.« Und sie ergrimmten gegen sie. Jesus aber sprach »Lasst sie!« »Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein edles Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit.« Sie hat getan, was sie konnte. »Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt.« »Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken.« Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den Hohepriestern, um ihn an sie auszuliefern. Als sie das aber hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Silber zu geben, und er suchte eine passende Gelegenheit, um ihn zu übergeben. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa-Lamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, »Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst?« Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, »Geht in die Stadt. Er wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sprecht zum Hausherrn. Der Lehrer lässt fragen, »Wo ist meine Herberge, in der ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann?« Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern belegt und bereitet ist. Da selbst bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa. Und da es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jesus, »Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten.« Da aber fingen sie an, traurig zu werden, und fragten ihn einer nach dem anderen, »Doch nicht ich?« Und der Nächste, »Doch nicht ich?« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel eintaucht.« Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe dem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre besser, wenn jener Mensch nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, Lob preiste, brach und gab es ihnen und sprach, »Nehmt, esst, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch, sagte Dank und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, »Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird.« Wahrlich, ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Königreich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, »Ihr werdet euch alle an mir in dieser Nacht anstoßen.« Denn es steht geschrieben, »Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen.« Aber nachdem ich auferstanden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber entgegnete ihm, »Wenn sich auch alle anstoßen werden, doch nicht ich.« Und Jesus spricht zu ihm, »Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Er aber sagte desto mehr, »Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich keinesfalls verleugnen.« Gleicherweise sprachen aber auch alle, und sie kommen in ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, »Bleibt hier sitzen, bis ich gebetet habe.« Und er nahm den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht.« Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, »Aber, Vater, es ist dir alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir.« Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, »Simon, schläfst du? Vermagst du nicht eine Stunde zu wachen?« Wacht und betet, damit ihr nicht in die Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin und betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wiederum schlafend. Denn ihre Augen waren ihnen schwer geworden, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, »Schlaft ihr noch immer?« und ruht, »Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe.« Und zugleich, da er noch redete, erschien Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der Verräter aber hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, »Welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift und führt ihn sicher ab.« Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, »Rabbi, Rabbi« und küsste ihn. Sie aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des obersten Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus hob an und sprach zu ihnen, »Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich zu ergreifen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schrift erfüllt würde, da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser Jüngling folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand fahren und entfloh nackt von ihnen. Und sie führten Jesus ab zum Hohenpriester. Und alle Hohenpriester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohenpriesters, und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keines. Denn obgleich viele falsches Zeugnis gegen ihn ablegten, so stimmten die Zeugnisse doch nicht überein. Und es standen etliche auf, legten falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, »Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist.« Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der Hohenpriester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, »Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen?« Er aber schwieg und antwortete nichts. Wiederum fragte ihn der Hohenpriester und sprach zu ihm, »Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?« Jesus aber sprach, »Ich bin es, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels.« Da zerriss der Hohenpriester seine Gewänder und sagte, »Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was denkt ihr?« Sie urteilten alle, er sei des Todes schuldig. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, »Weiß sage!« Und die Diener schlugen ihn mit Backenstreichen. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohenpriesters, und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, »Auch du warst mit Jesus, dem Nazarener.« Er aber leugnete und sprach, »Ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst.« Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte, und als die Magd ihn sah, hob sie wieder an und sprach zu den Umstehenden, »Dieser ist einer von ihnen.« Er aber leugnete wiederum, und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden abermals zu Petrus, »Wahrlich, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache ist gleich.« Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, »Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet.« Da krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich des Wortes, das Jesus zu ihm gesagt hatte, »Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und er verhüllte sich und weinte. Sie verhüllte sich . Vielen Dank.